Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht es weiter mit der Schwarzen Witwe Challenge und im letzten Teil hat Nicole einfach Geburtstag gehabt. Sie ist zum Kleinkind herangealtert und im letzten Teil haben wir dann auch ein klein wenig Zeit mit Maurice verbracht. Und zwar haben Maurice und Sophie ihren allerersten, ersten Kuss erlebt und ja, wie der Zufall es auch wollte, hatten die beiden dann auch ein Techtemechtel im Bett, also im Ehebett von Osamu und Sophie. Und der gute Osamu, der war einfach gerade erstmal duschen gewesen und er hat davon nichts geahnt und er kam dann einfach ins Zimmer rein, als er die beiden gesehen hat, ist dann einfach aus dem Zimmer raus, Sophie ist ihm hinterher und die beiden sind getrennte Wege gegangen. So und jetzt, wie wir hier sehen, ist der gute Drew auf dem Weg zu Sophie und wir schauen mal, was er jetzt hier gerade macht. Oh, und er küsst sie. Ist das nicht eine leidenschaftliche Affäre? Sophie hat gerade aktuell zwei Sims, mit denen sie eine Affäre hat und Drew fragt jetzt, ob sie nicht mit ihm ein Techtemechtel haben will. Und wir sagen natürlich einfach ja, weil ja, es ist einfach nichts, was uns jetzt hier gerade hält, wo sie eben kein Techtemechtel miteinander haben dürfen. So, jetzt bleibt natürlich nur zu hoffen, dass die anderen die beiden nicht erwischen. So, du gehst jetzt mal bitte einfach hierhin. Maurice und Osamu, was machst du? Du gehst zu der guten, wie heißt sie nochmal? Enola. Schauen wir einfach mal, wo Enola ist. Ah, er redet mit Enola, okay. Na gut, das darfst du. So, und dann werden wir die beiden jetzt hier ihren Spaß haben lassen. So, in der Zwischenzeit kann der gute Flo sich ja hier einmal um die Dusche kümmern und zwar sie einmal reparieren. Und natürlich dann auch die Toilette und kann dann hier einmal duschen und das Ganze dann verbessern. Und Osamu geht jetzt hier einmal kochen, wenn ich das richtig sehe. Ja, er backt einen Kuchen. Dann werden wir jetzt hier natürlich auch noch unseren Kühlschrank ersetzen. Ich weiß zwar nicht, wer jetzt hier unsere Sachen dauernd kaputt macht, aber na gut. So, und Maurice, du könntest hier ja einmal dir einen Film ansehen. Und Florian platzt natürlich in das Zimmer seiner Mutter rein und es interessiert ihn anscheinend nicht, was da passiert. So, dann werden wir hier jetzt natürlich einmal das... Okay, er kann die Hamburger nicht fortsetzen, aber er kann ja den Kuchen hier weiter fortsetzen, damit seine Geschwister dann jetzt hier auch etwas zu essen haben. Und Osamu, wo gehst du hin? Du nimmst hier ein Stück. Ah, okay, da haben wir auch noch ein Stück. Nicole, wie sieht es aus? Nimm dir doch hier einfach ein Stück. Und Bruno, du dann bitte auch? Warum geht ihr alle hungrig schlafen? Einsame Pause. In der letzten Pause wollte niemand mit mir spielen. Ich bin alleine rumgeklettert. Wenn das nochmal passiert, was soll ich dann tun? Frag andere Kinder, ob du mitmachen darfst. Liebe Chrissy, denen geht es allen gut. Du kommst hier bitte auch noch was zu essen holen. Wie sieht es aus mit Osamu? Okay, die beiden sind fertig. Dann können die beiden auch wieder hier den normalen Sachen weitergehen. So, Maurice, machst du jetzt? Also ich glaube, irgendwie ist Maurice... Okay, ich dachte, er wäre verbuggt. Also weil irgendwie hat das Ganze nicht funktioniert. So, dann werden wir jetzt hier doch einfach mal alles ersetzen und dann hier duschen gehen. Also ich hatte es noch nie, dass ein Sim zwei Affären gleichzeitig auf dem selben Grundstück hatte. Also natürlich noch plus Ehemann dann. Und von denen... Also sie hatte zwei Techte-Mächtel. Und ich schaue mal ganz kurz, ob Osamu die beiden irgendwie erwischt hat. Weil er hat weder eine Negativstimmung für Maurice noch für Sophie. Er findet sie zwar sehr unattraktiv, aber das haben wir schon vorher gefunden. Und wir haben hier eklige Umgebung und blitzblanke Umgebung. Also das hat er anscheinend nicht registriert. Das könnte natürlich dann auch sein, weil der gute Maurice dann da so rausgeklitscht ist, dass das deswegen nicht funktioniert hat. Aber das ist ja nicht schlimm. So, da wir schon 5 Uhr morgens haben, ist es wahrscheinlich nicht so ratsam, jetzt hier wieder alle ins Bett zu schicken. Und jetzt tauchen hier wieder diese Fragezeichen aus. Also irgendwas ist hier nicht, äh ja, normal. Ich hoffe einfach nicht, dass es irgendein... Also ich hoffe mal, dass es irgendein alter Mod ist, den ich aktualisieren muss. Und eigentlich sind die alle auf dem aktuellen Stand. Bruno hat einen losen Zahn, er wird ihn bald verlieren. Und wir haben Liebestag. Wir werden nämlich gleich, sobald Osamu weg ist, werden wir uns auf den Liebestag begeben. Dafür müssen die beiden einfach, ja, jetzt hier noch ein wenig schlafen. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier einmal schnell auf Toilette gehen. Ja, wir schicken Osamu einmal los, gehen dann hier duschen und der gute Maurice nimmt sich heute einen bezahlten Urlaubstag. Denn wir werden heute ein Date mit ihm haben. So, Freitag hoffentlich gehen die Kids alle schnell in die Schule, damit wir, damit wir los können. So, nimm dir noch ein Stück. Nimm du dir auch ein Stück. Suche weiter. Okay. Nimm dir auch ein Stück. Und dann gehst du auch schnell noch duschen. Allein nur schicken. So, und jetzt bist du fertig. Und dann wirst du deine heißgeliebte Sophie natürlich fragen, ob du sie auf ein Date bitten darfst. Und vielleicht gehen wir ja mal an den Strand, sodass die beiden da ein wenig Zeit verbringen können. Blumen für jeden in der Klasse kaufen. Anlässlich des Feiertages Liebestag gibt die Schule von Ella den Schülern immer die Gelegenheit, Blumen zu kaufen, die während des Unterrichts gegenseitig übergeben werden. Da Ella ein wenig Geld hat, beteiligt sie sich an der Spendenaktion. Ähm, ich denke, Ella würde Blumen für jeden kaufen in der Klasse. Oh, Ella hat beschlossen, die ganzen Klassen mit Blumen zu überraschen. Leider hat sie Blumen verschenken und hat vertagt zu schönern. Ja, mach das, Chrissy. Leider hat sie vergessen, die Karte zu unterschreiben. Und als die Blumen übergeben werden, erntet ein anderes Kind die Anerkennung. Oh, das tut mir leid, Ella. Und Chrissy geht an ihrem Lehrer einem traurigen kleinen Mädchen und einem Raufbault in der Schule vorbei. Nichts fühlt sich gut genug an, bis sie einen alten Mann entdeckt, der alleine im Park spazieren geht. Chrissy greift in ihren Rucksack und stellt fest, dass der Papierblumenstrauß beim Gehen komplett von ihren Hausaufgaben zerbrückt wurde. Oh, vielleicht hat sie etwas daraus gelernt. Das tut mir leid. Da wollten wir mal etwas Gutes tun und dann hat es nicht funktioniert. So, ich wollte nach Solani. Und dann... Hm, wo gehen wir denn hin? Könnten wir einfach da ins Restaurant gehen. In der Hoffnung, dass wir dann jetzt hier auch was zu essen kriegen. So, Verabredung. Mit Verabredung Kontakt knüpfen. So, Nicole. Billy, you're wrong. Ich rufe schon wieder an. Nachdem ich mit dir gesprochen habe, hatte ich das Gefühl, dass es besser wäre, echt nicht mehr zu sehen. Danke für deine Hilfe. Gerne. Aber wir wollten jetzt nicht, dass du echt nicht mehr siehst. Wir wollten einfach nur, dass du, äh, ja, das selbst entscheidest. Wir gratulieren Sophie einfach mal zur Verlobung, was jetzt eigentlich nicht so der Sinn war. Dann küssen wir sie einmal und dann werden wir sie einmal knuddeln. Dann werden wir ein Techtel-Mächtel haben. Mal schauen, ob das funktioniert. Weil jetzt sind sie ja hier alleine. Okay, anscheinend nicht. Hatte ich das Restaurant nicht mal ganz zu Anfang platziert. Waren hier nicht Hayley mit, oh Gott, wie hießen die noch, mit Henrik und Mitchell? Haben die nicht hier, äh, ja, ihren allerersten gemeinsamen Tag verbracht? Das ist gut möglich, das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall waren, ich glaube, wir waren mit Hayley hier. Dann werden wir jetzt hier ein Techtel-Mächtel unterm Wasserfall machen, weil das andere Techtel-Mächtel ja nicht funktioniert hat. So, dann lassen wir die beiden jetzt mal schnell gehen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich Sophie hier diesen Bikini gegeben habe. Ich finde, er steht ihr voll gut. So, dann schwimmt ihr mal. Man sieht, dass Sophie schon etwas mehr an Fitnessfähigkeit drauf hat als Maurice. Können ihr mal diese These unterstützen? Fitness 1 und Sophie hat Fitness... Bist du... Sie hat überhaupt keine Fitness? Warum kann sie dann so schnell schwimmen? Na gut. Dann hatte ich eben eine falsche These. Und die beiden haben jetzt hier ihr Techtel-Mächtel unterm Wasserfall. So, und dann werden wir... Oh, wir können hier Frische fangen, aber das wollten wir nicht. Natürlich werden wir dann jetzt hier noch ein wenig ihn unterm Mistel-Zweig küssen. Bleibst du bitte hier. Danke. Dann werden wir einmal aufreizend posieren. Dann... 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 Dann werden wir ihm einmal die ewige Liebe erklären. Oh, Maurice. Du bist die Liebe meines Lebens. Ich werde dich für immer und fast drei Tage lieben. so lange, wie du eben bei mir bist. Und... Jetzt machen die zwei schon wieder ein Techtel-Mächtel oder wollten ein Techtel-Mächtel machen. Dann werden wir dann hier einmal noch ein Kompliment aussprechen. Und zwar... Das Kompliment über sein Outfit. Hey, deine Badehose steht dir aber verdammt gut. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze jetzt funktioniert hat. Dann werden wir natürlich hier hinten hingehen. Weil wir haben ja hier noch was vor. Hallo? Wir werden hier um einen Tisch bitten. Okay, da oben ist noch was zum... Ähm... Auf Toilette gehen. Dann werden wir natürlich hier diesen Tisch benutzen. Nee, Paul, heute leider nicht. Wir haben das Hauptziel auf jeden Fall schon mal beendet. Und wir werden jetzt hier um diesen Tisch bitten. Der ist natürlich sehr romantisch. Denn da haben wir einen Blick auf die Lagune. Den Wasserfall können wir wahrscheinlich... Doch, wir können auch auf den Wasserfall schauen. Aber dafür bräuchten wir wahrscheinlich hier so einen Tisch. Und der ist nicht romantisch genug. Und die anderen, die sind zu groß. Aber im Prinzip können wir ja schon auf die Lagune gucken. So. Und ich würde sagen, so wie die beiden Turteltörbchen hier sitzen und auf ihr Essen warten, werden wir hier dann nochmal einen Cut machen. Und im nächsten Teil werden wir definitiv hier noch, äh, ja, unser Liebesdate zu Ende bringen. Ich hoffe, man konnte sich das Ganze anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss! 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 Vielen Dank.